Hallo und herzlich willkommen mit dem Kölner Lachclub. Heute machen wir folgende Lach-Yoga-Übung, das Vergebungslachen. Es gibt zwei Varianten dafür. Wir machen zuerst die indische Variante, folgendermaßen. Wir greifen an die gegenüberliegenden Bohrläppchen und begegnen uns mit einem Lachen und einem leichten Vorbeugen. Okay, die nächste Variante ist die europäische Variante. Da haben wir folgende Geste, wir nehmen die Arme auf. Sehr gut, sehr gut, ja! Sehr gut, sehr gut, ja! Sehr gut, sehr gut, ja! Dankeschön, vielen Spaß mit der Übung!